Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Am Samstagabend steht die nächste wichtige Partie für uns an. Im Topspiel gegen St. Pauli könnten wir tatsächlich den Aufstieg schon fix machen. Natürlich ist es aber auch nur ein Fall, der eintreten kann und nicht automatisch eintreten wird. Trotzdem sprechen wir darüber, was denn möglich sein muss, damit Schalke gegen St. Pauli den Aufstieg schon feiern wird. Generell ist dafür die wichtigste Bedingung, dass wir selber unsere Ausaufgaben machen. Wir müssen St. Pauli schlagen und dann steigen wir auf, wenn Darmstadt oder Bremen nicht gewinnen. Sollte Darmstadt am Freitagabend in Düsseldorf schon Punkte liegen lassen, sprich Unentschieden spielen oder sogar verlieren, hätten wir selber in der Hand, Samstagabend vor einemischer Kulisse den Aufstieg fix zu machen. Sollte Darmstadt gewinnen, wir gewinnen gegen St. Pauli, gibt es noch nicht wirklich zwingend was zu feiern. Das wäre nur der nächste wichtige Schritt. Sollte dann aber Werder Bremen am Sonntag den Aue-Punkte liegen lassen, dann wären wir auf dem Sofa sozusagen aufgestiegen. Sprich Schalke steigt auf, wenn man gegen St. Pauli gewinnt und Darmstadt oder Bremen nicht gewinnen. Die Entscheidung über die 2. Liga-Meisterschaft würde dann aber erst am 34. Spieltag fallen. Wenn Schalke gegen St. Pauli gewinnt, steigen wir auf, wenn auch Darmstadt, Düsseldorf und Bremen in Aue nicht gewinnen. In diesem Falle wären wir dann sogar am Sonntagmittag auf dem Sofa vorzeitig Zweitliga-Meister. Sozusagen sind das jetzt die beiden guten Fälle und wir merken bei beiden Fällen, wir müssen auf jeden Fall gewinnen und mindestens ein Konkurrent muss patzen. Patzen beide, sind wir sogar direkt Meister. Allerdings, und natürlich kann auch der Fall eintreten, sollten wir gegen St. Pauli zum Beispiel unentschieden spielen und sowohl Darmstadt als auch Bremen ihre Außenspiele gewinnen, dann würden alle 3 Teams mit 60 Punkten in den letzten Spieltag gehen. Und ich denke mal, das wäre der absolute Wahnsinn. Und dann wäre auch noch natürlich der HSV möglicherweise immer noch mit dabei. Und dann wäre es natürlich ein extrem spannender Showdown. Also vor allen Dingen auch das Wichtigste, wir müssen selber gegen St. Pauli die Ausaufgaben machen und sollte dann parallel noch Darmstadt und oder Bremen patzen, wäre es natürlich umso besser, weil dann wären wir schon durch. Eure Meinung zum Aufstiegsrennen mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.